Zuletzt bei Avatar Quest for Balance. Wir konnten aus der Gefangenschaft von Prinz Zuko entkommen und gemeinsam mit Katara und Sokka den südlichen Wasserstamm verlassen. Nach einem kurzen Abstech im Lufttempel, in welchem Aang erfuhr, dass er tatsächlich der letzte Luftbändiger ist, landeten wir auf der Insel Kiyoshi, um riesige Kois zu reiten und um das Leben zu genießen. Denn der Avatar-Status wird auf der Insel Kiyoshi sehr gefeiert und unseren drei Helden geht es bisher sehr, sehr gut. Ich hoffe, es gehört euch gut. Hier ist sogar eine Dorfwurst, der sehe ich gerade. Wir machen ein bisschen Urlaub. Wir haben riesige Keufische geritten, haben dabei ordentlich Geld gesammelt und jetzt sind wir gerade dabei, uns ein bisschen hier umzugucken. Und ich glaube langsam, Freunde, diese Teller mit den Pfirsichen, die haben irgendwas mit einer Quest zu tun. Das kann ich mir irgendwie vorstellen. Nein, aber wir sollen mit dem Dorfwurst der Arena, das machen wir auch gleich. Ich will jetzt aber tatsächlich erstmal gucken, ob ich hier noch was anderes tun kann, weil das sieht ja irgendwie doch alles ziemlich, ziemlich spannend aus. Und ich sehe hier sogar eine Kiste herumstehen, wo wir sogar ein bisschen Geld haben. Sehr, sehr, sehr gut. Und hier ist eine Quest. Hey Angie, wie ich höre Max der Herausforderung. Ich habe eine für dich. Okay. Ich habe jemanden eine wirklich tolle Melodie zum Hören und ich dachte, hey, ich frage mich, ob der Avatar die Melodie lernen und sie hier auf meiner Flöte spielen kann. Denkst du, das kriegst du hin? Jemand zu finden, der eine Melodie summt und sie dann zu spielen? Äh, ja. Ich wusste, dass du das kannst. Du bist der Beste, Arnie. So. Okay, also wir müssen jetzt erstmal jemanden finden. Ne? Der, äh, genau. Der uns eine Melodie summt. Hast du Lust, eine Melodie zu summen? Oh, bitte hilf mir. Was ist? Banditen haben die Kette meiner Mutter gestohlen. Sie bedeutet dir alles. Kannst du sie zurückholen? Äh, ja, gerne. Oh, vielen Dank, Avatar. Sie haben ein Versteck in der Nähe des Wasserfalls. Mensch, hier sind ja einige Quests. Holy shit. Oh, hier muss ich erdbändigen. Damn. Das kann ich noch nicht. Oh, okay. Also wenn man die 100% im Spiel will, ich merke schon, dann muss man auf jeden Fall dann quasi im freien Spiel nochmal herkommen. Es ist wirklich... Ich glaube, man muss das Spiel wirklich einfach als ein... Ja, als ein Avatar-Spiel so im Lego-Game-Stil sehen. Und ich glaube, wenn man das tut, dann kann man, denke ich, sehr, sehr, sehr viel Spaß hiermit haben. Äh, aber da muss jetzt erstmal jemanden finden, der uns eine Melodie summen kann. Woher soll ich denn jetzt wissen, wer uns Mucke machen kann? Und wir können jetzt aber auch davor zu den Kyoshi-Kriegerin gehen. Ah. Das die, äh... Die sind übrigens sehr hot. Just saying. Ähm, das ist jetzt vielleicht eine Melodie-Zoom. Hey, was geht? Tut mir leid. Dieses Training beinhaltet eine geheime Technik der Kyoshi-Kriegerin. Nicht jeder ist dessen würdig. Warum verbringt ihr nicht ein bisschen Zeit im Dorf? Ja, sorry, Suki. Ich bin doch der Avatar. Na, so... Nein, schnell. Okay, aber ich glaube, die Kette können wir definitiv zurückbringen. Wir waren ja schon mal im Wasserfall. Da war, äh, da war diese Prüfung, äh, mit der wir da sozusagen, äh, eine, äh, ja... Hier, äh, unseren Skilltree erweitert haben. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Aber okay, jetzt reden wir erst mal mit dem Dorfvorsteher. Okay. Aber Tan, ich bin Shang-Poo. Der Dorf, der Dorf, der Dorf überhaupt. Willkommen auf Kyoshi. Wie kann ich helfen? Ich bin froh, dass du fragst. Wir wollen mit den Kyoshi-Kriegerinnen trainieren, aber wir dürfen nicht. Und mit wir? Mein Zocker hat sich selbst. Nun, äh, du müsstest dir etwas aushelfen, um mit den mächtigen Kyoshi-Kriegerinnen trainieren zu können. Und ich hab da vielleicht genau das Richtige. Das Dorf wird von einer Bande von Banditen belästigt. Sucht sie in der Nähe des Dorfes und vertreibt sie. Kehrt ihr jetzt zurück? Und ich werde sehen, was ich tun kann. Ah, okay, also. Ein paar, ein paar Banditen verprügeln. Da bin ich doch dabei. Ah, guck mal. Gelb, rot, blau. Okay, das brauchen wir für unsere Quest, Freunde. Gelb, rot, blau, das merke ich mir. Aber jetzt machen wir, äh, jetzt machen wir erst mal Feierabend. Schleudertrauma, let's go. So, ich mach auch mal so einen Luftangriff. Warte mal, wie geht der so, ne? Ja, sehr schön. Den packen wir sogar noch in so eine Falle. Putz! Ha, 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 ha. Sehr schön, da haben wir schon mal drei von sechs erledigt. Aber wir suchen immer noch, äh, die Kette der Mutter. Die müsste irgendwo hier beim Wasserfall sein. Das müssen die Banditen sein, die die Kette gestohlen haben. Ja. Ui, das sind, äh, ganz schön viele. Warte mal, wir machen jetzt erst wieder so einen Luftball. Oh, der hat leider nicht so funktioniert, wie ich wollte. Äh, passt auf. Putz! Verdammt. Irgendwie ist das noch nicht so viel Schaden, wie ich will. Na, der macht, glaube ich, viel Flächenschaden, dieser Luftball. Ausweichen. Ja. So, und ich glaube, dann erledigen wir erst mal, äh, den Meister hier unten. Weil Katara macht das echt strong. Wir können mal kurz auf, äh, Katara wechseln, dass die einfach mal eine Heilung droppt für alle. Na, und wir können auf Sokka wechseln, dass der, äh, den Schaden für alle erhöht. So. Ich glaube, das ist tatsächlich, äh, sehr, 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 sehr wichtig. Ja. Also ich glaube tatsächlich, Sokka ist, ist zum Kämpfen sehr, sehr geil. Weil er einfach sehr krass reinprügelt und vor allem sehr schnell angreifen kann. Und wir haben die Kette. Sehr cool. Wir haben die Kette, bringen wir sie zum Mädchen zurück. So muss das. Die Banditen haben jetzt tatsächlich nicht zu der Hauptquest gezählt. Sorry, dass ich wieder deine Kohlköpfe kaputt gemacht habe, aber es bringt ja echt Geld. Ja, deswegen können wir nochmal gucken. Aber was ist das? Gelb, war gelb, rot, blau? Die Melodie, die wir, die wir spielen mussten? Wir können gleich nochmal schauen. Na, also es ist aber auch nicht so 100% wie die Lego Games, ne? Hier mit so kleinen Quests, die man suchen muss. Obwohl, doch ist es eigentlich wie in den Lego Games. Äh, doch eigentlich schon. Wenn ich jetzt darüber nachdenke. So. Gelb, rot, blau, ne? So sieht es aus. Aber jetzt gucke ich nochmal, ob hier irgendwo weitere Banditen sind. So, da ist der Shop. Aber mit dem kann ich noch nicht so viel machen. Ah, guck mal, hier ist auch noch eine Quest. Grüße, Avatar. Es ist uns eine Ehre, dich bei uns zu haben. Die Ehre ist ganz meinerseits, aber was sollen die langen Gesichter? Heute geben die Dorfbewohner Pfirsiche an die Kiyoshi-Kiegerin aus, zum Dank dafür, dass sie das Dorf sicher halten. Ich sollte sie sammeln, aber ich wurde aufgehalten, jetzt kann ich meinen Posten nicht verlassen. Die Dorfbewohner fühlen sich vielleicht beleidigt, wenn ihre Geschenke missachtet werden. Kannst du die Pfirsiche für mich sammeln? Aha! Ich wusste es, dass es hier die Pfirsich-Quest gibt. So. Wie viel brauchen wir? Fünf, ne? Okay. Ja. Da hatte ich schon den richtigen Riecher. Boah, ey, es gibt so viel zu tun hier in dem Dorf. Aber das gefällt mir. Also, ich... I don't know. Vielleicht ist das Fanboy-Herz, was aus mir spricht. Aber selbst wenn es das ist, ist es in Ordnung. Ich finde, das ist ein schönes Spiel. Und ich finde, der Avatar-Wipe kommt halt sehr gut rüber. Wir können auch an der Stelle mal speichern. Das kann nicht schaden. Dann biegen wir jetzt trotzdem nochmal ganz kurz hier nach oben ab. Um zu schauen, ob wir noch die letzten Mondpfirsiche finden. Weil ich finde, das Spiel gibt den ganzen Orten, die man jetzt eben aus dem Originalspiel kennt, nochmal so ein bisschen mehr Liebe. Ein bisschen mehr Liebe, ne? Ich glaube, man kann jetzt hier an jedem Ort noch einfach mal ein bisschen mehr Zeit verbringen. Ähm, als vielleicht in, ähm, sozusagen... Als vielleicht in einer Serie an diesem Ort Zeit verbracht wurde. Ja, genau. So, weil... Och, Bruder. Das mit dem fehlenden Schatten ist aber echt eine üble Nummer. Weil man dadurch echt seine Sprünge sehr, sehr schwer platzieren kann. Weil man einfach nicht genau sieht, wo man sich befindet. Das ist... Das muss ich tatsächlich kritisieren. Also, dieser fehlende Schatten unter dem Charakter, der eigentlich, meiner Meinung nach, für einen Jump'n'Run ziemlich wichtig ist. Äh, der fehlt hier leider. So, aber jetzt haben wir, glaube ich, auf der rechten Seite des Dorfes alles durch. Dann, äh, düsen wir ganz, ganz fix auf die linke Seite rüber. Na, weil da können wir die Pfirsiche abgeben. Wir können die Melodie spielen. Und das sind wahrscheinlich auch die letzten Piraten, ne? Das war gelb, rot, blau. Hab ich mir jetzt zumindest gemerkt. So, und, ah, da sind noch die weiteren Banditen, ne? Sehr schön. Dann feuern wir hier nochmal so einen großen Luftball ab. Zack. Und wir sehen, wir sehen mal dich an. Sehr geil. Putz. Ja, meine Spezialattacke ist krass. Yeah. So, und jetzt eine schöne Luftattacke. Ey, das Einfriende von Katara ist crazy. Das ist wirklich richtig gut. Gut, so. Da sind die vierten Pfirsiche, genau. So, und dann hoffe ich, dass jetzt hier drüben einfach auch die letzten Pfirsiche sind, ne? So, gelb, rot, blau. Hm? Gelb? Rot, blau. Ja, das ist sie. Du spielst wirklich gut, Angi. Weißt du, das erinnert mich an eine Melodie, die jemand anderes gesummt hat. Willst du versuchen, jemanden zu finden, der auch die summen kann? Oh, sicher. Das kriege ich hin. Ich wette, das kriegst du auch hin. Du bist der Avatar, Angi. Ja, das war immer dieses richtig Unangenehme, ne? Dieses Fanboy. So, ich hab deine Kette. Hey, sieh mal, was ich beim Wasserfall gefunden habe. Die heißt hier meiner Mutter. Oh, wenn du sie nicht gefunden hättest, hätte sie das nicht verkraftet. Yes. Sehr schön. So, und wir kriegen wieder Peischofliesen. Sehr gut. Ich hab hier immer noch keine Erdbindigungskräfte. Das sagt. Das stinkt richtig. Aber da oben sind die letzten Pfirsiche, Freunde. Sehr gut. Dann hätten wir das auch geschafft. Da ist sogar noch eine geheime Kiste. Uiuiuiuiui. Zack, ein Tempotrank ist da drin. Lauf ich damit vielleicht schneller? Gucken wir gleich mal. Vielleicht damit meine Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen? Aber wie viele Quest hier sind. Ich feier das. Äh. Ja. Erhöht für kurze Zeit dein Tempo und deine Regeneration. 30 Sekunden lang erhöhtes Tempo. Cool. Das machen wir dann vielleicht, wenn wir irgendwann noch ätzendere Laufwege haben. Who knows. Wir müssen jetzt auch noch das zweite Lied suchen, welches hier gesummt wird. Und wir können jetzt auch die Pfirsich-Quest abgeben. So wie die Banditen-Quest. So wie die Banditen-Quest. So, du summst auch nicht. Man hat das ja vorhin, glaube ich, auch schon aus einer recht großen Distanz vernommen, wenn das Lied da gesungen wurde. So, warte mal. Ich will die noch nicht abgeben, die Hauptkist, weil ich bei der Hauptkist immer Angst habe, dass ich dann nicht mehr weiter suchen kann. So, hier sinkt jemand. Hier. Blau, rot, grün, gelb. Okay. Blau, rot, grün, gelb. So, ich habe die Pfirsiche. Sehr gut. Blau, rot, grün, gelb. Na? Muss nochmal schauen. Ja, blau, rot, grün, gelb. Okay, okay. Das schaffen wir auch noch. Und warte mal, ist eigentlich hinter der Statue eine Kiste? Ne, das leuchtet, die Statue leuchtet so. Ich dachte mir gerade so, so, hä? Das leuchtet so. Nein, nicht mit der Statue reden, bitte. Danke. So, blau, rot, grün, gelb. Und wisst ihr was? Ich pfeife mir jetzt doch schon in den Trank rein. Na? Warum soll ich den aufheben, wenn ich jetzt eh schon viel laufe? So. Let's go. Bin ich jetzt schneller? Ja. Doch, ein bisschen. Ein bisschen Geschwindigkeit haben wir schon drauf. So, dann spielen wir nochmal Mucke. So, blau, rot, grün, gelb. Ja, das ist geschafft. Das ist die Melodie, die ich letzte Nacht gehört habe. Weißt du, gestern Morgen habe ich gehört, wie jemand eine andere Melodie gesummt hat. Oh, Bruder. Noch eine? Alles klar, Freunde. Dann gehe ich mal auf die Suche, ne? Ah, hier einfach schon. Gelb, rot, blau, lila. Ja, das ist ja direkt hier um die Ecke, ne? Gelb, rot, blau, lila. Aber ich hoffe, dann ist sie zufrieden. So, gelb, rot, blau, lila. Das ist geschafft. Das ist genau die Melodie von gestern Morgen. Das sind alle Melodien, die ich bei anderen gehört habe. Aber du warst großartig, Angi. Du bist diesen Herausforderungen echt gewachsen. So viel Spaß hatte ich nicht mehr, seit Pinguinschlittenfahren war. Also, man sieht sich. Yes! Sehr gut. So, und das Einzige, was ich jetzt hier theoretisch noch tun müsste, ist diese Erdbändigungsquest. Aber das kann ich nicht, weil wir aktuell noch keinen Erdbändiger im Team haben. Da müssen wir erst auf Buch 2 warten. Aber ich habe auch die, äh, Kollegen vertrieben. Wir sind zurück. Und wir haben uns um euer Banditenproblem gekümmert. Oh, vielen Dank euch. Yes. Und ich hoffe, wir dürfen jetzt mit den Kyushikriegerinnen trainieren, maybe? Geh einfach zum Dojo der Kyushikriegerin und erzähl ihm, was ihr getan habt. Ich werde sie lassen euch jetzt mittrainieren. Großartig, vielen Dank. Yes. Aber mein Heiltrank hält, äh, mein Geschwindigkeitsstrank hält immer noch. Kann das sein? Weil ich halt immer noch diese, diese weiße Aura habe. Dementsprechend habe ich da irgendwie das Gefühl, aber... Naja. Ich meine, ich beklage mich nicht. Schon wieder zurück, was? Ich sagte doch bereits. Du sagtest, ich wäre des Trainings nicht würdig. Denkst du ein Kerl, der dieses Dorf von Banditen befreit hat, wäre würdig, hm? Ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt. Wenn das so ist, dann nur zu. Lass uns trainieren. Während du trainierst, Sokka, gehe ich nach unten an die Küste und übe meine Reitechnik im Elefantenkois. Komm schon, Sokka. Du wolltest das, jetzt kriegst du es auch. Oh, boy. Dürfen wir jetzt mit Sokka trainieren? Yeah. Alles klar. So. Triff alle Ziele. Okay, ich kann jetzt hier tatsächlich immer so von rechts nach links gehen. Warte mal, wo muss ich hin? Warte mal. Warte mal, was muss ich tun? Welche Ziele muss ich treffen? Hä? Check ich was nicht? Ah, jetzt. Okay. Sehr gut. Ah, und jetzt brauche ich wahrscheinlich hier die Kiste, ne? Damit ich hier oben an die Ziele rankomme. Kann ich auch in der Luft meinen Bummerang werfen? Nee. Aber der fliegt ja mal automatisch so ein bisschen nach oben. Sehr gut. Acht Ziele muss ich treffen. Gefällt mir? Gefällt mir? Oh, damn. Das war kein Treffer. Yes, das war ein Treffer. Mhm. So, jetzt instant nochmal. Yes. Gute Arbeit, Sokka. Beeindruckend. Was soll ich sagen? Ich bin ein Kiyoshi-Naturtalent. Außer, dass du kein Mädchen bist. Warte, was war das? Irgendwas ist da draußen los. Freunde, Kiyoshi hat da irgendwas gespottet. Oh, damn. Dürfen wir nicht mit Suki spielen? Yes. Dürfen wir, oder? Das ist furchtbar. Feuerbändiger greifen die Insel Kiyoshi an. Sie sind vermutlich wegen Argen hier. Die Ausbildung ist vorbei, Sokka. Wir müssen sie aufhalten. Yes. Ich kann Suki spielen. Ruf Kiyoshi-Kriegerinnen herbei. Ja, äh, pass auf. Das probieren wir doch gleich mal. Oder? Wir spielen sie. Zack, und jetzt haben wir hier, yes, die ganze Truppe am Start. Sehr geil. Oh, ich kriege hier ein bisschen auf die Schnauze tatsächlich. Ah, die hat auch so Wurf-Sachen. Die kann wahrscheinlich ihre Fächer werfen, oder? Sehr geil. So, Fernkampfangriff. So, ich muss schön meinen Fokus hier aufladen. Yes. Sehr geil. Das Geld nehmen wir mit. Oh, boy, das ist nicht gut. So. Oh, Gott, ich bin gleich tot. Holy shit, ich esse jetzt hier mal so ein Pfirsich, ne? Nehmen dann erstmal die raus. So, zack, zack, zack. Damit wir hier keine Probleme haben. Das Problem halt mit Nahkämpfern ist, wir haben halt kaum Möglichkeiten, denen auszuweichen. Machen wir kurz die Kisten hier kaputt, genau, weil da auch noch ein bisschen Heilung drin ist. So. Dann rufe jetzt nochmal meine Kriegerin. Ah, aber die hacken nur nach vorne. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. So. Ach, lol. Ich krieg auf die Schnauze, wenn der mich berührt? Das ist aber, das ist aber sehr fies. Weil, weil, weil mein Charakter automatisch immer so nach vorne düst. Das ist, das ist sehr weird, Mann. Okay, der Kampf ist jetzt echt nicht so, echt nicht so knülle, muss ich sagen. Äh, weil, wie gesagt, wenn ich den berühre, kriege ich Schaden. Aber wenn ich ihn angreife, muss ich ja nah an ihn ran. Also, das ist, das ist ein bisschen sehr, sehr ungünstig gelöst, wenn ihr mich fragt. Oh, what? Warte mal, warte mal, was? Oh, damn. Okay, der Kampf ist noch nicht vorbei. Aber gegen solche Gegner bin ich, äh, ein bisschen besser gewappnet. So, das stimmt noch nicht mehr rum. Ja, 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 ja. Alter, wir sind, wir sind einfach beide meine Charaktere fast tot. Holy shit. Oh, und jetzt kommt hier die Skilltree. Fächerbetäubung erhöht. Okay, das ist das Einzige, was ich gerade skillen kann. Für zwei Peisho-Steine. Alles klar, bin ich dabei. Und erhöhte Verteidigung. Ja, das können wir gut brauchen. Plus Gesundheitsboost. Yes, let's go. Boah, aber warte mal, ich kann halt wirklich jeden Charakter leveln, ne? Wow. Okay, also ich glaube, wir müssen echt viele Peisho-Steine finden. Fliesen, ne, um genau zu sein. Okay. Oh boy. Kommt jetzt tatsächlich in der nächste Zuko-Fight? Stop hiding behind these little girls, Avatar. They can't save you. I'm here, Zuko. So, you came out of hiding. Smart move, Avatar. Okay. Prinz Zuko, die zweite, Freunde. Na dann. Let's go. So. Okay, ich kann ihm jetzt gerade kein Damage machen. Ey, sag nicht, dass das einfach nochmal exakt der gleiche Kampf ist. No way. No way. Das ist exakt der gleiche Kampf wie vom Schiff. Oh, wirklich? Das, das ist, das ist faul. Ah, nee, nicht ganz. Okay, okay. Nicht ganz. Äh, okay, er ist verbessert. Alles klar. Also er hat jetzt noch nicht so viel Neues gelernt. Aber er ruft jetzt hier, äh, Freunde auf jeden Fall zur Hilfe, ne? Das ändert aber nichts daran, dass er hier immer seinen, seinen, seinen Boost nach vorne macht. Aha. Okay. Ah, doch, er hat schon ein bisschen was gelernt. Alles klar, Freunde? Aua. Äh, ich nehme das zurück. Ich kann ihm immer noch kein Damage machen. Aua. Ich muss echt jetzt hier auf den, auf den richtigen Moment warten, ne? Ah, jetzt geht er in die Mitte. Ich glaube, äh, da kann ich ihn jetzt treffen, oder? Ja, weil sein Schutzschild jetzt weg ist. So. Oh, sehr schöner Damage. Zwei von drei, zwei von drei Schaden haben wir bekommen. Dann nehmen wir hier den Kollegen raus. Dann machen wir jetzt hier mal so eine, so eine Luftbändiger Falle. Äh, weil das nur so halb funktioniert, das ist so ein Luftball. Falle ist halt wirklich der falsche Begriff dafür, ne? Okay. So, und jetzt nochmal dem Meister ausweichen. Ich weiß halt aber echt nicht, ob der jetzt nach drei Phasen durch ist. Oder ob wir dem Kollegen jetzt nochmal hier mehr geben müssen. Aber man, man kriegt halt echt übel auf die Schnauze, ne? Also, tatsächlich, man muss in den Kämpfen ein bisschen aufpassen, weil man nicht so viele Leben hat. Ich meine, ich habe jetzt noch drei Pfirsiche, das ist prinzipiell in Ordnung. Aber der, der ist schon... Sehr gut. Sehr gut. Der Zuko-Meister, der weiß schon, wie es geht. Aber ich schaffe es in drei Phasen. Sehr gut. Bunz! Sehr schön. Yeah! Oh yeah! So, freier Modus wieder. Wir kommen hier jetzt zurück, wenn wir erdbändigen können, würde ich sagen. Und wir kriegen eine Wasserbändiger-Schriftrolle. Sehr, sehr schön. Da kann ich jetzt sogar aussuchen, was ich mache. Erhöhter Schaden mit Eis. Wasserpeitsche mehr Schaben. Eisfalle friert mehr Gegner fest. Was auch da machen. Einfach Wasserpeitsche, ne? Wasserpeitsche höherer Schaden. Finde ich eine gute Sache. Äh, sehe ich... Sehe ich kein Problem. Ich glaube, das ist der ganze normale Wasserangriff. Der Avatar und seine Freunde dann kamen zu Ohmashu in search of his old friend Bumi. Da, sie waren gebetetig von einem Wiesend-Old-Man. Hey, who are you calling Wiesend? As I was saying, the king of Ohmashu imprisoned Katara and Sokka. Aang would have to pass three tests and win a duel if he wanted to save his friends. Then, the king posed a final question. What is my name? Aang realized the king was none other than Bumi himself. It was all for a purpose. Aang had to learn that you don't just wake up one day, especially after a hundred years, ready to challenge Fire Lord Ozai. But Aang had a challenge for you, did he not? Oh, yes. Indeed, he did. Oh boy, wird das jetzt ein Minispiel? Nee. Okay, ich dachte schon, dass wir jetzt die Postwege runterrutschen können. Dorf Sinlin. Alles ist verbrannt. Das muss ein furchtbares Feuer gewesen sein. Ich hätte das verhindern können, wenn wir nur früher hier gewesen wären. Ich habe vor unserer Landung ein Dorf ganz in der Nähe entdeckt. Lass uns den Dorfältesten suchen und fragen, was passiert ist. Oh boy. Oh boy. Freunde. So, wir schauen gleich mal auf die Karte. Ah, okay. Ich sehe auf jeden Fall, wo wir sind. Das ist gut. Oh, und die sind einfach instant Bandit, ne? Aber da machen wir ja ganz schnell Feierabend, ne? So, mehr Angriffspower für meine Freunde. Und tschüss. Aber ist hier gar nichts? Das sieht so aus, als ob es hier lang geht. Seht ihr das? Der Weg geht hier rein. Und auch die Karte sagt, dass es hier lang geht. Oh shit. Okay, ich glaube, da kommen wir später noch hin. Alles klar. Und da ist auch hier eine Nuss. Die müssen wir safe auch noch sammeln. Das merke ich mir gleich, dass hier so eine Eichel liegt. Na, und dann gucken wir uns jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter um. Weil das sieht hier echt sehr, sehr zerstört aus. Das hier sieht auch danach aus, als ob ich hier erdbändigen müsste. Können wir noch nicht. Ich kann theoretisch das Feuer hier ausmachen. Bringt mir nur, glaube ich, nicht so viel. Ja, das sieht sehr nach Erdbändigen aus. Weil da oben auch irgendwas Rotes ist. Seht ihr das? Fragen über Fragen. Jetzt müssen wir aber erstmal das Feuer hier löschen. Und ich schreibe mich noch weiter um, ob ich hier irgendwo was rumliegen sehe. Nee. Einfach nur Zerstörung, Freunde. Sehr, sehr, sehr viel Zerstörung. Aber ich kann diese verdoruten Bäume aus dem Weg schaffen. Und da sogar ein bisschen Geld verdienen dabei. Da vorne sehe ich auch schon, da muss ich Wasser bändigen können. Dann machen wir gleich mit Katara weiter. Die müsste ja jetzt auch die verbesserte Wasserpeitsche haben, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und wir haben jetzt auch 2500 Cash. Das heißt, wir könnten theoretisch bei dem Verkaufsstand in... Bei dem Verkaufsstand in Kyoshi die Wasserbändiger-Rolle kaufen. Das wäre sehr interessant. Warum kann ich hier nicht bändigen? Also irgendwie habe ich das Gefühl... Ah ja, die Wasserpeitsche ist ja mal so krass jetzt. Auf welche Distanz die auch geht. Aha. Hier ist sehr viel, mit dem ich noch nicht interagieren kann. Und da drüben ist nochmal so eine Nuss, Freunde. Hey, sieh dir all die Eicheln an. Ich wette, Appa würde welche wollen. Habe ich dafür gerade Zeit? Ja, safe. Wie viele? Eicheln für Appa. Sehr gut. Vier. Alles klar. So, wir wissen auf jeden Fall, dass hier vorne noch eine war. Ist hier jetzt in den Bäumen noch eine? Nein. Hier auch nicht. Ich meine, die müssen ja eigentlich, wenn dann... Irgendwo hier am Rand liegen, ne? Wie gesagt, eine haben wir ja schon gesehen. Warte mal, wo war denn das? Hier. Ja, ja, ja. Zack. Jetzt haben wir vier Eicheln. Jede von einem anderen Baum. Mhm. Ist hier was? Das leuchtet hier nämlich so. Kann ich hier irgendwas tun? Nee. Okay. Aber ich meine, wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen umgeschaut. Also ich habe ja schon geguckt, ob ich noch irgendwo anders Eicheln finde, weil ich mir schon dachte, dass es eine Nebenquest in die Richtung gibt. Aber... Das... Aha, 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 aha. Da haben wir noch eine. So, und jetzt müssen wir irgendwo noch die vier finden. Was sich leider erst gar nicht so einfach herausstellt. Weil hier auch viele, viele unsichtbare Mauern sind, die uns so sehr einschränken in dem, was wir tun. Ich hoffe, dass vielleicht im Dorf noch was ist. Oder kann ich hier hinter? Nee, auch nicht. Okay, alles klar. Da ist aber wieder ein Shop. Das ist schon mal gut. Sehr gut. Der hat eine Nebenquest, der Meister. Hier ist auch irgendwas. Ich erkenne aber noch nicht genau, was es ist. Äh, Lagerhaus. Okay, und da ist eine Truhe. Uiuiui. Hier gibt es viel zu entdecken, Freunde. Das Dorf hier ist auf jeden Fall sehr groß. Mond, Pfirsich und Münzen. Aber wir müssen natürlich den Dorfweldes noch fragen, was hier los ist. Irgendwas scheint ja da in dem Wald passiert zu sein. So, und hier ist noch meine Nebenquest. Avatar, bitte, Hilfe. Was ist los? Ich bin Fan Hua. Ich habe gerade den Hinweis erhalten, dass Banditen vorhaben, unser Lager auszuräumen. Es enthält unsere ganzen Vorräte. Du musst die Banditen aufhalten. Okay, äh, hallo, Bandit, ne? Hi. Oh, es geht sogar auf Zeit. Aber ich meine, ich müsste jetzt die verbesserte, äh, hier, äh, Peitsche haben, ne? So, ich gucke mal, ob ich hier... Boah, noch mal so einen fetten... Ah, das sind diese Eissplitter, die ich hier droppe. Warte mal. Oha. Das ist krass. Aber wie kann ich denn die Gegner hier einfrieren? War das nicht irgendwie, dass ich... Dass ich da dann irgendwie, ich weiß nicht, äh, drei gedrückt haben muss? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Yes. Oha. Katara hat ordentlich Damage. Das ist ziemlich cool, tatsächlich. Wir kriegen da wieder schöne, schöne Level-Ups. Aber irgendwie, es könnte sein, dass die vierte Eichel vielleicht hinter dieser Felswand ist, Freunde, die wir nicht kaputt machen konnten. Das kann ich mir vorstellen. Hier ist nochmal eine, eine, äh, wasserbändiger Platte, mit der wir nicht interagieren können. Da müssen wir sehr aufpassen. Und hier, die bauen hier ganz viel an. Aber Eicheln sind hier nicht. Nee, wahrscheinlich hinter der Felswand. Die da noch, äh, die da noch zu war. Da hinten ist eine Truhe. Oh ja. Hallöchen. Ein wunderbarer Peischuhstein. Fliese. Eine Peischuh-Fliese. Trainingsarena. Kohlköpfe. Bruder, es tut mir so leid. Meine Kohlköpfe. Oh Mann, das ist so fies. Jo, hier ist noch eine Truhe. Ah, mit einem Tempotrank wieder. Das finde ich gut. Das kann mir ein bisschen Zeit sparen. Gut, aber dann reden wir mal mit dem Dorfältesten, würde ich sagen, um zu erfahren, was hier los ist. Diese Storvierung, du bist der Avatar. Ja, das bin ich. Und Sie sind der Dorfälteste. Was ist hier passiert? Ich bin Sengtai. Wir werden von einem Monsterheim gesucht. Es greift bei Nacht an und hinterlässt nur Zerstörung. Wie du sehen kannst, liegen über dem Dorf Trümmer als Zeichen seiner Zerstörung. Wir haben nicht genug Leute, um das alles wegzureihen. Würde ich gnädigst um deine Hilfe bitten? Deshalb sind wir hier, um zu helfen. Nachdem wir uns um die Trümmer gekümmert haben, kommen wir zurück und sehen nach, wie wir sonst noch helfen können. Hier, damit? Ja, okay, okay. Ich glaube, die müssen wir kaputt machen. So, aber hier? Hast du jetzt was Geiles zum Einkaufen? Oh mein Gott. Wir können sich keine Pau-Schofis. Das kostet alles so viel Geld. Egal, ich kaufe die Schriftrollen. Ich kaufe die Schriftrollen. Ich glaube, die sind sehr wichtig. Schriftrolle bitte. Ja, ja. Schaden von Luftschlag erhöht. Ja, komm. Machen wir Arn ein bisschen stärker. Boah. Zweieinhalb Tausend immer wieder. Das ist echt, das ist sehr, sehr, sehr viel Cash, was wir da sammeln müssen, Alter. Lohnt sich's auf jeden Fall, Freunde. Gerade auch bei diesen Rennen und so weiter, ne? Richtig viel, richtig viel zu machen. So. Als ob ich das Feuer nicht löschen kann. Kann ich das allgemein nicht löschen oder kann Katara das nicht löschen? Weil wenn Katara das nicht löschen kann, würde das gar keinen Sinn ergeben. Ne, okay. Jetzt kann ich allgemein nicht löschen. Dann bleiben wir wieder bei ihr. Was passiert hier, ne? Ich kann immer noch nicht mit diesen Wasserplatten interagieren. Und da oben ist eine Kiste. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir hochkommen. Und da ist auch eine Nebenquest. Okay. Aber mein Name ist Lixin. Wärst du so nett, mir zu helfen? Wie kann ich helfen? Ich habe drei Freunde, die bei den Reparaturen im Dorf aushelfen. Sie haben den ganzen Tag hart gearbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass sie hungrig sind. Also, ich habe einen Puddingkuchen gebacken. Würdest du ihn in ihnen bringen? Ja, gerne. Du findest einen meiner Freunde auf dem Gerüst hier im Haupthof. Äh, okay. Auf dem Gerüst hier. Ah, wahrscheinlich hier nach oben, ne? Und hier ist die letzte Eiche für Appa. Sehr schön. Das wird eine schöne Überraschung. Jawollo. Geil. Einfach hier mitten im Dorf. Und schon wieder, Freunde, lohnt es sich, hier sich alles in Ruhe anzuschauen. Sehr, sehr, sehr gut. So, die Trümmer hier, glaube ich, muss ich kaputt machen, oder? Genau. So. Und wo ist der Meister jetzt, der Hunger hat? Hier haben wir sogar noch meine Truhe. Ja, um so viel zu entdecken. Mit einem schönen bändiger Tee. Doch wahrscheinlich... Nee. Vielleicht ein Gerüst, finde ich den. Irgendwie hier hoch. Ich bin so überfragt. Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, wir machen das beim nächsten Mal mit dieser Essenslieferung. Der Puddingkuchen muss, glaube ich, noch einem Part warten. In diesem Sinne, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, my boys. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann hoffentlich die Angriffe, die jede Nacht auf dieses Dorf kommen, abwehren können. Und ich hoffe, wir können dann auch den Puddingkuchen ausliefern. Das wäre sehr schön. Und ich fühle mich gerade sehr dumm. Ah, da oben. Das ist der. Ja. Aber die Frage ist... Wie komme ich da hoch? 100% will der den Puddingkuchen. Katara, kannst du hier was Sinnvolles tun? Nee. Warte mal. Arne, kannst du hier irgendwas tun? Nicht so wirklich, ne? Nee. Also ich müsste da hoch, aber... Ich komme da nicht hoch. Oh. Fragen über Fragen. Mann, ich will doch nur da hoch. Nee, da geht es eindeutig nicht lang. Das Spiel will nicht, dass ich da lang gehe. Naja. Dann müssen wir uns irgendeine andere Form von Lösung suchen. Und ich glaube, der hat keine Schaufel. Tschüss. Vielen lieben Dank noch an JT90PRL, Hycris Ski und Lux Arcadia für eure riesige Kanalmitgliedschaft. Ich danke euch. Ich danke euch.